so freunde hallo ich bin ich bin es wieder ja das am start und willkommen hier auf einem samstagabend hier fast drei stunden vor der geisterstunde ja geht es hier mit teil 4 wir haben vorhin beziehungsweise ich habe wieder am gast am start bis zu sein experten ein bisschen weiter ist als ich auf der ps4 version das ist der geist wieder am start hallo ja seit der halle das ist dass die aufnahme läuft ja seit der halle aus freunde also haben gedacht und ja dann hat die aufnahme aber nicht gestartet und dann haben wir hier durch diese durch dieses game durch ja unwissend dass das hier nichts läuft ja aber eben gerade wurde gemeckert von der technik also von scheiße ärgerlich aber gut wir sind heute mal zu zweit ich kann man eigentlich freundlich weiter und habe ich den experten geist ab nach oben hat es doch geklappt und ja halt jetzt haben wir eben gerade bemerkt dass das scheiß doch nicht aufnimmt aber freunde ich hoffe das gefällt euch trotzdem jetzt also ich mache hier gar nichts bevor wir nicht die strohfinder haben ja wie geht es so hatte eine schöne woche ja meine woche war eigentlich gar nicht mal so cool aus persönlichen gründen aber sonst hatten wir noch rdds das lief recht normal das ist meine lebensgeschichte der form ist auch wieder bald wieder frühlinge beginnt eine neue prankversion neue staffel vor allem mal was anderes das war ja echt eben so eine scheiße die ganze zeit hier durch im haus da von der halle bis zum keller unten hier hin und wir treffen einmal noch mal diesen scheiß walker da oder wie der heißt da oder jack da jetzt klappt das auch plötzlich na gut ich bin wohl auch schon wieder auch gott das ding kenne ich aus dem dachboden noch wo man die treppe hoch geht auf der rechten seite wie war das auch vermummungsverboten ich gehe nach oben und schließe erstmal die ganzen türen auf ja gut und warte mal kurz wenn du mal kurz wieder zurück gehst um zuschauer eben aufzuklären hier in diesem raum rechts hier ach ja da ach nee nicht jack bitte nöö nicht schon wieder aber auf jeden fall freunde das rätsel haben wir gelöst das war nur eine figur gewesen diese holzfigur für leute die das wahrscheinlich schon selbst gespielt haben ich glaube viele haben das schon gespielt weil das gespielt ja auch schon fast ein jahr halten aber gut da was denn verreckt doch endlich mal lauf toiletten wasser du arsch ne warte 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 laufer ist mal weg ja klar genau diese lästige kackalage und die Omi ist weg na klar Omi kommst du mal Essen ist fertig Omi ist im Altersheim im Seniorenstift da ist jetzt die Tür und da müsste in der Waffe drin sein ja eigentlich schon ja wenn ich mir zu 55 ja probieren ja 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 ich kenne das spiel fast in und auswendig vorteil von der sattel hier eben und die defekte flinte dann kriegen wir gleich schon schon lecker Blender denn beim einsetzen sitzen hier dritten noch perfekt jetzt reicht's ich guck auf die uhr und dann geht's los 3 was nicht mal die mission dreihunde körper das mache ich jetzt drei hunde körper kommen und öffnen die flinte bekommen in der regel schon das stimmt ja zum selbstschutz so der kleine bastard müsse uns jetzt eigentlich nicht entgegenkент Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ach, genau. Run, run, baby, run. Run, boy, run. Die Geräusche checkt. Du misset. Um. Ach so, dann hat mich noch eine Schulfreunde von mir auf WhatsApp geschrieben. Dann dachte ich mir auch so ganz, ganz kurz. Nerve mich nicht. Ich nehme auf. Aber das hat sich dann auch erregert. Die haben jetzt sechs Medizin. Das ist besser. Gut, das ist ganz gut. Oliver, Größe gehen raus an dich. Ich bin froh, ja. Ich finde es immer so lustig. Die war nicht schnitt worden. Hallo, ich würde gern meinen Schulfreunde auch. So, tag. Und wieder umtauschen. Genau. Ja. Ja. Voll geladen. Zwei Schuss. Voll geladen? Reicht. Für diesen hessischen Jack. Nein, ich würde die gar nicht mal für Jack aufbrauchen. ich würde sagen es will die glock nein ganz unten weil da sind ja noch diese fix oder stimmt das ist mal runter gehen und alles weg stimmt das kann ich auch wieder darauf erinnern die aufnahmen sollte doch erst mal ganz gut die trailer ist das stimmt du hast ja schon die demo hier auf dem kanal behandelt das auf tücher der ps4 damals letztes jahr das war ein bisschen anders das war da wo du das video material gefunden hast und dndm den bolzen nach dem bolzenschneider im schrank wir sind zu zweit kann nichts passiert jetzt schon den boss gegen jack machen aber erst mal einsammeln am besten aber hier unten sind jetzt alle weg also hier dürfte uns eigentlich keiner mehr denn es sagt schon dass ich experte bin experte nicht aber ich bin schon etwas weiter also ich bin fast beim ende erfahrungspunkte gesammelt aber jetzt verstehe ich ja auch wie gesagt also vorhin auch schon gesagt und wir sind zu zweit und kann nichts mehr passieren ist aber trotzdem schon gruselig und hier brauchen wir den schlankschlüssel finden wir aber erst nicht von uns so hier wäre alles behandelt und scharf freigeschaltet da liegt ein schlankschlüssel da liegt ein schatzfoto da liegt noch irgendwas hallo papa ist graut du würd ich wegschiessen und dann liegt da eine münze die brauchen wir aber auch nicht da können wir schön noch was war das in die werkstatt ich muss gerade überlegen ob ich da auch schon drin war aber müsste ich eigentlich sonst wäre ich nicht schon beim schiff gewesen so ich kann ja so ein bisschen munition herstellen um nein mit uns gut immer gut munition st und da das können wir direkt und drüchen die folgen durch zu sein jetzt kommt ja echt gerade richtig spannend ist es trotzdem so ein bisschen halt ärgerlich das sind die hauptspiel runter geladen hat das biohazard ist ja das normale biohazard ist nur der titel wie das entstehen herausgekommen ist dafür dass die das eigentlich die erweiterung hat normalerweise das war ja das hauptspiel ich will da gar nicht rein ehrlich gesagt du bist doch nicht alleine jetzt mal alles bevor ich hier nicht zu tode erschrecke kann ich ja mal die monotoner danke da kann ich auch schon rein komischerweise aber jack holt mich ja gott das sieht ja aus wie bei outlas 1 jack mein freund holt mich ja jetzt in der klapse was ich komisch finde ist dass man hier schon reinkommen ist fast so ähnlich wie bei outlas 1 1 in der klapse krass und da musste man zum schlangen kommen wenn ich noch so ein dreckshaufen wir müssen noch eine chemikale sein wir können nicht wieder hoch und der fuchs schwanz cool säge da bist du fast so wie baro glas 1 in der klatsche hier beim mürrkopf was hier aber es ist doch derselbe raum ich war doch eben drin woher kommt ganz 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 kurze überlegungszeit das hier ich laden jetzt mal nach so ist schon nachgeladen ihr müsst eigentlich eine der drei schlüsse wo liegt denn dieser dreck schlüssel eigentlich müsste der hier liegen hallo ich gehe jetzt einfach noch mal eine runde ach ja was doch ein bisschen anlassen das nicht anders das ist ein kleines bisschen ne ps4 aber der unterschiede normalerweise liegt da oben dieser dreck schlüssel ja also der verschiedene platz von ps4 xbox pc die spiele sind ja kaum anders nur ich verstehe gerade nicht wo dieser dreck schlüssel ist das meinte ich auch da ist er ich habe keinen platz ich habe keinen platz was kann ich ihn löschen wegschmeißen ich habe keine medizin am besten nehmen was anderes ja ich brauche eigentlich keinen schlafen oder ja ich habe keine medizin am besten ja ich habe keine medizin am besten ich habe keine medizin am besten ich habe keine medizin am besten was denn oh deine achsel stinken alter weißt was was dich mal du arschloch was dich doch einfach ach du lachst noch oder was ich punkt ihn da schon mit seltener munition von mann oder mit op munition das können wir schon ein bisschen einschüchtern so was beeindruckt auch mit einer hässlichkeit die schere der alter also kann die ufer lernen oder was so hässlich ist die gar nicht ich werde ich werde mir die auch nicht schließen aber die methode wie der schlägt der denken ja an den waffen genau er hat das lehrt 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 das ich habe einen kleinen messen jetzt hast du lehrt das ab und zu machen ich glaube das kann man gar nicht ich muss nicht drücken ich muss nichts drücken sonst wird mir das angezeigt und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss ich glaube das muss ich ich hoffe ich hoffe das muss ich nur dreimal machen ja cool anti aggression ist angesagt Obwohl, ich könnte ihm Falle eigentlich easy mit. Der fiss dich. Und wie trifft er mich denn? Ich bin hinter dieser Dreckswand. Draufhalten, einfach draufhalten jetzt. Rüber vorgerissen. Ja. Und weg. Ja, hier, Motor einschalten. Ach, du heilige Scheiße! Das ist so ein Typ, ey. Ja, mein Aufen. Was ist das für ein Typ, ey? Du bist hier nicht der Mortal Kombat! Verreckt endlich mal! Und tschüss, komm! Blut! Blut! Blut an der Willmelsäule! Und tschüss! Ja, ist tot! Hau einfach ab, du scheiß Wichser, Alter! Verpiss dich einfach! Weg bist du! Was?! Was?! Der liegt nicht! Nein! Gut! Ihhh! Lecker! Guter Raum! Ah! Ach, der läuft noch, ja. Der kippt gleich um. Ja, ne, da muss ich ab. Ich werde das aufgesägen! Dann komm mal nach Feuerwehr! Heine! Oh! Weckhauen die Kette! Klar! Ja, der hauptsehbar Typ ist ja immer verrenkt, ey. Nein, der kommt noch wieder. Keine Angst! Ja, stimmt ja. Als monströses... Mit diesem Ungeketten Gesichter. Nein, der hat mehrere Augen. Das hat sich Augen, die man dann wegschießt. Ah, aber größer, äußer. Ja, so ein schwarzes Etwas. Ja. Da muss man ja ein Serum da reinpumpen, und dann muss man sich entscheiden, wie man rettet. Und bla, also Mia, oder diese Zoe, die am Hintergrund ist. Ja, das kenne ich ja. Und bla und wie und blub. Ich bin natürlich treu, treu und loyal und habe meine Frau. Mhm. Ich würde hier gerne mal durch. Äh, ich hab natürlich Mia, meine Frau, oder Isens Frau, in dem Fall, gerettet. Ja. Ich glaube aber jeder würde dasselbe machen. Jedenfalls hat Gronkh das gemacht. Und ich hab's dann auch gemacht. Gronkh. Aber nicht wegen Gronkh, sondern... Ich finde einfach dumm so, wenn... Man, halt, ja. Gegen seine Liebe endet. Oh. 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 Kann ich denn nicht einfach mal eine Schrot... Wieso Scheiß, Oma, da... Mann, ich will gerne... Alter. Mmh. Geht doch mal ins Altersheim, oder geht eine Müll schlucker, oder ein Schredder, oder sowas. Alter, schweig. Du mit Drecks, Oma. Aber so würde ich auch entscheiden, ja. Für die Liebe. Völlig korrekt. Nein, jetzt kann ich da... Weil in diesem Spiel versucht man ja immerhin die Mia zu retten, ne. Ja, und nicht Zoe. Ja. Auch wenn Zoe das glaube ich nur macht, um auch gerettet zu werden. Ja, aber... Die steckt ja auch, äh... Mit ihrem Fahrrad zusammen, ne. Ja, die ist halt auch mit ihm zusammen... Ja. Nicht zusammen, sondern verwandt. Ja. Ja. Äh, schon geht der nicht. So. Ja. Ah ja, äh, Empfindlichkeit. Ja, was mischt. Ja, jetzt. Na. Ich mach Empfindlichkeit, ich mach Empfindlichkeit mal auf 3. So, da ist nichts mehr, da ist dann Spaltmittel. Ich nehm das einfach nur mit, ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ich hab das auch... Ich hab das auch... Ich hab das auch in meinem Durchgang... Ja. nicht wirklich... ähm, benutzt, weil ich generell nicht wusste, wozu das gut ist. Da ist dieser Reparatursatz für die... Entweder für die defekte Schlinte... ... oder für die Waffe, die man im Trailer findet. Woll ich erzählt habe. Stimmt, die Alte kommt die Augen noch. Guck für diese Waffe. Äh, nicht für die. Äh, nicht für die, äh, nicht für die... irgendwas. Ja, da für die. Ah, genau. Für die defekte Stole. Erstmal speichern. Ganz wichtig. Nein, ist Regal. Da wurde ich mal da mal zum Einordnen für den Archiv. Heidelwitzka. So, das ist erstmal hier alles. Unwichtige reinpacken. Kraut rein. Skorpionsschlüssel behalte ich erstmal drin. Genau. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich die... Ich gucke nicht der später um. Ach, mir. Äh, ne, Soi halt die Schnauze. Ich mag im Moment keiner. Ich glaub Ethan liebt Soi. Soi, ich muss gucken. Weil eine Pistole, dafür findet man so am meisten Munition. So für eine Schrot. Wär das zwar natürlich schlau so, aber... Ich glaub das wäre auch ein wenig dumm. Na, du musst so kleine Abwechslung machen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Nein, da geh ich nicht dran. Ich hab's gewusst. Ich will jetzt hier erstmal alles machen, was man machen kann. Erstmal das Wichtigste, ja. Ja. Äh. Ähm. Das. Habe ich eine Halle auch gedacht. Das verbinden und das. Tag. So, die, äh, M17 ist das glaube ich. Brauch ich jetzt nicht mehr. Oder die P17. G17. Hallo? Programm System. Äh. Hallo? Nein. Ehm. Ich... I need help. Ja drum auf okay erstmal. Ach so, ich war grad gar nicht in dem. Ne, jetzt war die ja auch das gleiche. Drum auf okay erstmal… Nein, jetzt meine ich. Das wird das… Nee. Nee. Ne. Keine Angst, läuft noch. Okay. Ich hab ja gespeichert. Ach. Du musst das mal entfernen. Nein nein. da